Der Midweider BC ist ein ehemaliger deutscher Sportverein aus Midweider, der von 1896 bis 1945 existierte. Der Club ist ein Gründungsmitglied des DFB-Verein. Der Midweider BC wurde 1896 gegründet und agierte in der Meisterschaft des Mitteldeutschen Ballspielverbandes. Der Club fuhr 1907 und 1916 die Meisterschaft des GAU Südwestsachsen ein. In den folgenden Meisterschaftsspielen der Mitteldeutschen Meisterschaft unterlag der MBC dem VfB Leipzig mit 0 zu 6. 1916 setzte sich Midweider gegen die Mannschaften des VfB Glauchau und der SPVGG. 1944 vollzog der MBC eine kurzzeitige Fusion mit Germania Midweider zur KSG Midweider in der GAU Liga Sachsen. Eine Neugründung fand nach 1945 nicht statt. Statistik Teilnahme Mitteldeutsche Meisterschaft